Ich bin jetzt gerade wach geworden und es ist verdammt nochmal 9.37 Uhr, meine Katzen nerven mich. Ich bin erst um 6.00 nach Hause gekommen. Wir waren gestern mit Martin Tillich. Hier ist er Instagram. Schön feiern und heute fahren wir nach Leipzig. Mal mich fertig und dann packe ich meine Sachen und dann sehen wir uns gleich wieder. Also ich bin jetzt auf dem Weg zu Martin. Der ist auch gerade aufgestanden. Draht ist drin, Schone sind drin, Neckbrace, Helme, alles dabei. Jetzt kann es losgehen. Bist du ready? Ja, ich bin richtig ready. Nice! Also dann fahren wir's raus. Martin, Julian und Franz am Dicken. So, wir vertuschen die ganze Sache. Boah, wir sind eh. Schauen sieht das so aus, als könnte man ja nicht mehr mit dem Fahrrad fahren. Erste Landung, zweite Landung. Wuh, wuh. Ja, fliegen. Wuh, wuh, wuh. Wuh, wuh. Wuh, wuh. Aber mit dem Fahrrad. Dieser coldfas active… Wuh, wuh. Jetzt fliegen wir an. Hier entstehen sempre vom Innistun Leaf. Musik Ballern, Jürgen? Ballern? Hast du mal reinkommen? Ballern. Ballern, 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 ne.